Willkommen zu Mission Nummer 32 Die Pflicht des Schattens, Stufe 51 Gehen wir mal rein Schaut nach einem einfachen Bossfighter aus Ja, wir haben jetzt nochmal 5 Nebenmissionen bekommen Und eine Nebenmission ist noch jetzt zu Das heißt, die wird noch freigeschaltet Also unglaublich krass, wie viele Missionen Nioh bereithält Also Nioh 2 Wenn ich das so vergleiche mit 1er Ist schon viel komplexer Okay, was haben wir denn hier? Ah, die Mission Ich glaube, hier geht es gleich direkt zum Brustfeld Ah, ne, doch nicht Ah, ja, ja Mit uns spinnen, mit uns spinnen Ja, der war geil Okay, nice Ich glaube, wir ballen Wir ballen Oh, der Hunter ist wahrscheinlich runtergefallen Der, der ist gefährlich Ja, der, der Kopf da Oh Oh, das muss noch mal nach oben Oh, das muss noch mal nach oben Oh, das ist ein Verbindeten genommen Wow Oh, nice Ich merke, dass mein Kopf immer schneller arbeitet Ich denke, das liegt daran, dass wir jetzt jeden Tag gezuckt haben Und dass vieles ins Hunderbewusstsein gegangen ist Also Ja, bestimmt Viel leichter jetzt zu zucken Ja, ich habe mich heute schon ordentlich ausgeschlagen Ist ja auch ein wichtiger Faktor Ja, mehrere Faktoren, gell? Nö Ja, da kann man gar nichts machen Das ist so eine der gefälligsten Attacken, finde ich Wenn man da reingeht Ich habe gedasht Ich habe geblockt Das hat gar nichts gebracht Nichts Was du wirst Und auf deinem Weg stehst Dann zermalmt er dich einfach nur Ja, diese Ratten Die wegen diesen Kackebällchen Die haben auch so eine Attacke Wo sie sich so im Kreis bewegen Fünfmal drehen sie sich im Kreis Und wenn du da nicht genug auslaust Dann kannst du nicht wegbäschen Kannst nichts machen Ja Das Video auch immer noch nicht hochgeladen, oder? Das Kackebällchen Ja, das laden wir jetzt von heute noch hoch Da sind wir nicht sicher Ich glaube nicht, dass das ist Also ich kann mich nicht erinnern Wir haben es auf jeden Fall schon fertig Also heute kommen natürlich wieder viele, viele Videos Bald kommen auch viele kleine Videos Also bald geht es erst richtig los Oh ja Also weil jetzt wird so die Vorarbeit gemacht Die grobe Arbeit so Aber bald kommen richtig kranke Videos Aber bald kommen richtig kranke Videos Ich denke, wir müssen hier weiter Das heißt, wir müssen hier irgendwie rüberkommen Rüberkummer Hier ist die eine Tür Ich habe leider den Weg vergessen Und hier Und hier? Und hier sind wir wieder gekommen Alles gut, bro Under control Da ist der Da muss man hin Die Frage ist, wie kommt man da hin? Das ist halt das Problem Das ist halt das Problem Ich denke, wir müssen hier mal rein Wir müssen hier einfach säubern oder ihn da töten Weil er ist wieder auf der Karte Ja, ich denke, ihn müssen wir auf jeden Fall töten Ja, ich denke, ihn müssen wir auf jeden Fall töten Wenn dich beide Schwetter treffen Beim Wurf, dann bist du sofort tot Echt? Mhm Der macht richtig viel Damage Alter Das kannte ich nicht Echt? Nein Ich habe das schon oft gesehen Ich habe das schon oft gesehen Okay, da hat es gesäubert Und jetzt ist im Haus dieser eine Typ Ah, du denkst, dass die Tür weg ist oder was? Aha Ah, guck mal hier Hier ist auch was Siehst du? Der Zachel Okay, Schnubbekiste Nice Dankeschön Okay, nice So leicht Alter, weißt du, wie schnell wir die Mission machen können? Du rennst einfach durch Du trittest den Fertig, gewonnen Alter, okay Hier kann man auch gut farmen Okay, alles klar Dann sehen wir uns in der nächsten Mission Abonniert den Kanal Und viel Erfolg Abonniert den Kanal Vielen Dank.